mhm 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 so geil ahhh Sound man hat ja gesehen ja so muss das sein Sound kommt immer an ihre Stelle und damit ist nicht das Sound in Argentiner Straße gemeint oder hügt eine andere ne 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 Sound ist Sound Mr. Sound ist Sound so geil lalalala ja was soll ich euch sagen ich bin sehr happy obwohl ich immer noch nicht will, dass ich hier bleiben kann bin trotzdem glücklich so geil mich stört das alles nicht mehr ich werde auf alle Fälle hier bleiben hier sind so viele Wohnungen frei hier finde ich schon was ähm ne schönen Abend wünsche ich euch jetzt nicht ihr wisst ja was ich davon halte ja Mr. Sound sagt für heute ade das wird euch gut gehen 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 dann 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 das wird euch gut das wird euch gut gehen dann